Herzlich willkommen an der SIS Swiss International School Menedorf-Zürich. Die SIS ist eine zweisprachige Ganztagesschule, welche vom Kindergarten bis zur Hochschulreife führt. In unserem modernen Schulhaus an schönster Lage in der Nähe von Zürich bieten wir einen Kindergarten und eine Primarschule an. Kinder ab vier Jahren können unsere Schule besuchen. Sie werden in unserer Ganztagesstruktur mit Mittagstisch ihrem Alter entsprechend betreut. Schülerinnen und Schüler der SIS sprechen und schreiben nach einigen Jahren sowohl Deutsch wie auch Englisch auf muttersprachlichem Niveau. Der Kindergarten der SIS bietet eine gut betreute, sichere und anregende Lernumgebung. Eine Deutsch- und eine Englischsprachige Lehrperson unterrichten die Kinder auf dieser Stufe. Die beiden Sprachen wechseln sich als Unterrichtssprache im Tagesrhythmus ab. Spielerisches und entdeckendes Lernen anhand kindergerechter Themen steht im Vordergrund. Die Schülerinnen und Schüler der SIS Primarschule erhalten die gleiche Anzahl an Lektionen in den Fächern Deutsch und Englisch. Aber auch Mathematik und weitere Fächer werden in beiden Schulsprachen unterrichtet. Kontaktieren Sie uns und erleben Sie internationale Bildung und Zweisprachigkeit in Aktion. Untertitelung des ZDF für funk, 2017